Ich bin im Bundesvorstand der Deutschen Chorjugend, bin dort Medienvorstand und interessiere mich deswegen natürlich absolut für Digitalisierung und es ist wichtig für die Chorszene, die Digitalisierung mitzugehen. Ich glaube, dass wir sehr, sehr viele ehrenamtliche Vereinsstrukturen haben, aus Tradition heraus, die in der Digitalisierung noch nicht so fortgeschritten sind und ich glaube einfach, dass wir da eine sehr, sehr gute Hilfestellung leisten können. Also Chorjugend, wir sind an den Leuten dran. Digitale Pfade, ihr habt das Know-how. Wenn wir das zusammenbringen, glaube ich, haben wir eine ziemlich gute Zukunft vor uns und ich glaube auch, wir haben auch so viele Möglichkeiten damit, durch die ganze Digitalisierung Teilhabe zu ermöglichen und die Leute quasi auch an uns zu binden und heranzuführen und die Hürden abzubauen und ich glaube, da sind einfach die neuen Medien, können uns da viel weiterhelfen, als es vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.